Hallo an alle und willkommen seit Ewigkeiten mal wieder zu einem Warframe Video. Ja, ich habe die letzten zwei Tage, waren es glaube ich, oder die letzten Tage so einfach mal wieder reingeschaut in Warframe. Weil, wie gesagt, ich habe, glaube ich, fast eineinhalb Jahre nicht gespielt, was sehr, sehr lange ist. Ich habe auf jeden Fall auch sehr viel verpasst, hat sich sehr viel getan, sehr viel geändert. Und als ich so gespielt habe, ist hier ein Event live gegangen. Das haben wir zwar schon mal in einem Video gemacht, aber ich habe gedacht, wir gucken da einfach nochmal gemeinsam rein. Und zwar ist es hier, äh, wo ist es hier oben? Ähm, Fomorian Bedrohung, Fomorian Threat auf Englisch, wo wir einfach 200.000 Credits und ein Orokin Beschleuniger mehr oder weniger kostenlos bekommen können. Was mega, mega cool ist, kann ich jedem empfehlen, auf jeden Fall zu spielen. Ähm, auch vor allem, ja, wenn man noch nicht so weit im Spiel ist, aber das Event schon hat und es auch spielen kann, dann nehmt das auf jeden Fall mit, ähm, ist nicht schwer. Wir gehen da gleich gemeinsam rein und schauen uns das zusammen an. Ähm, aber ja, einfach 200.000 Credits und ein Orokin Beschleuniger ist auf jeden Fall nice to have. Wenn wir, wenn das Event, ähm, hier losgeht, bekommt man im Posteingang von Lotus eine Nachricht mit Fomorianer im Anflug. Und hier halt, äh, ja, dass hier eine Bedrohung herrscht, dass man das doch bitte spielen soll und, und, und. Und wir bekommen ein Fomorian Disruptor Blaupause, bekommen wir ins Inventar, weil die brauchen wir. Ähm, für das Event kommen wir später drauf, wofür wir die genau brauchen. Und, ähm, wenn wir die im Inventar haben, haben wir die hier unter Ausrüstung und können die hier bauen. Ich habe jetzt sogar schon eine im Besitz, wahrscheinlich vom letzten Event noch. Und die braucht auch wirklich nur eine Minute zu bauen, nicht viele Credits, also ist richtig einfach. Alles, was ihr dafür braucht, sind hier die Nanospuren, Kreotik und Omega-Isotope. Die Omega-Isotope bekommt ihr, ähm, von dem Planet, oder beziehungsweise indem ihr eben Missionen auf dem Planeten spielt, wo die, wo das Event stattfindet. Hier ist es jetzt in dem Fall bei uns auf dem Orcus Relay, auf dem Pluto. Das heißt, sobald wir auf dem Pluto gehen und da Missionen spielen und, ähm, ja, Feinde töten lassen, die die Omega-Isotope fallen. Und am besten eignen sich dafür Missionen, wo viele Gegner spawnen, auf dem Haufen am besten. Ähm, zum Beispiel, ja, die ganzen Verteidigungsmissionen, mobile Verteidigung, Mobile Defense oder aber auch Survival und, ähm, Ausgrabung. Ich bin ja immer ein Riesenfan von Survival, ich weiß nicht, das macht mir einfach mega viel Spaß. In dem Fall ist es hier Palus, ähm, ja, es sind auch nur Gegner von Level 30 bis 40. Also, äh, ja, sollte eigentlich auch eine einfache Überlebensmission sein. Ich war mit Octavia zum Beispiel drin, ähm, ja, kann man dann einfach schön, ähm, die ganzen Fähigkeiten runtersetzen und, ähm, hat eigentlich nichts mehr zu tun, ähm, weil die Gegner einfach dem Resonator hinterherlaufen. Ähm, genau. Und ich hab das mal durchgemacht, durchgespielt, die Überlebensmission, hab sechs Minuten zwölf gebraucht. Und hab dann am Ende 13 Omega-Isotope rausbekommen, was richtig gut ist eigentlich. Wir brauchen für den Formorian Disruptor brauchen wir echt nicht so viele. Um genau zu sein, sind es hier vier Stück. Das heißt, wir hätten da locker, locker keine fünf Minuten drinbleiben müssen in der Mission, aber nach fünf Minuten kam man ja aus der Überlebensmission raus. Deshalb die fünf Minuten und was sich aber in dem Fall, ja, in dem Fall von dem Event hier am meisten lohnt, weil wir ja für die Herstellung von dem Formorian Disruptor auch noch, ähm, Kreatic brauchen, ist natürlich die Ausgrabungsmission. In dem Fall hier, äh, Hierakon. Da bekommen wir sogar noch, äh, ja, Prozente auf Erfahrung und, 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 und. Und Ressourcen vor allem und da war ich dann sechs Minuten 52 drin und hab neun Omega-Isotope rausbekommen und 300 Kreatic, also genau das, was wir für den Formorian Disruptor brauchen, falls ihr also keinen Kreatic braucht, äh, habt. Wir brauchen nämlich genau 300, dann geht, äh, in die Ausgrabungsmission rein und spielt die, macht, ähm, drei Ausgrabungen erfolgreich, äh, und, ja, und geht dann wieder raus. Genau. Und wenn ihr den dann gebaut habt, was ich ja schon vom letzten Event hab, müsst ihr in euer Arsenal gehen und auf das Ausrüstungsrad und da müsst ihr das ausrüsten. Hier ist der Formorian Disruptor, äh, da müsst ihr den reinsetzen, damit es auch funktioniert. Und, ähm, dann könnt ihr auch schon los in die Mission. Ich würd sagen, das machen wir auch. Geht am besten in den Squad rein, ist zwar eine einfache Mission, aber, ja, im Squad ist es immer einfacher natürlich, also nochmal einfacher als alleine. Und ich würd sagen, wir gehen hier einfach rein. Ist eine Arcwing-Mission, also ihr braucht dafür natürlich ein Arcwing. Und, genau. Dann schauen wir gleich mal, was uns hier erwartet. Ich kann schon mal so viel erzählen, es ist sowas von einfach. Wir müssen einfach den, ähm, Formorian erreichen da unten und, ähm, theoretisch noch, ja, hier die roten Punkte ausschalten, die, die Bedrohungen hier. Und, dann können wir hier weiter zu dem schon. Okay, da hab ich zu früh geschossen. Jetzt. Ich hab zwar keinen Schaden gemacht, glaub ich. Okay, die Schilde sind jetzt unten und wir können... ...hier rein. So, und wenn hier genug sind, hier hat jetzt schon einer den, ähm, Formorian Disruptor ausgewählt und aktiviert. Und wir müssen jetzt hier einfach alle Knoten abschließen, sozusagen. Und dann, wenn hier, wenn wir hier alles abgeknallt haben, müssen wir einfach draufhalten. Okay. Und einfach so viel Schaden machen, wie nur geht. Ich hab jetzt natürlich nicht die beste, ähm, Waffe dafür, wenn ich ehrlich bin. Ähm, lohnt sich eigentlich eine, ähm, oder empfiehlt sich eine mit einer hohen Feuerrate am besten. Aber ich glaub, der Schaden, den wir erreicht haben, sollte reichen. Deshalb geht am besten im Squad rein, wie gesagt. Wenn dann alle wirklich an dem Formorian dran sind, im Kern und draufballern, dann sollte es auf jeden Fall gut reichen. Und, äh, wir müssen jetzt anscheinend noch kurz warten. Bis wir alle da sind. Und genau. Ziel ist, da eigentlich so viel Schaden, wie es geht, zu machen auf dem Kern, nachdem ihr die ganzen Knoten abgeschossen habt. Ist eigentlich eine richtig, richtig einfache Mission. Und, ähm, wir haben hier eine Minute 48 gebraucht. Was mega entspannt ist, also geht richtig, richtig schnell. Und der Vorteil von der Mission ist noch, ihr könnt, ähm, einige coole Drops, ähm, erhalten. Ich glaub, noch irgendwie eine Vandal-Waffe, ne, Arc-Wing-Waffe ist es, soweit ich weiß. Und auch Mods für Arc-Wing. Gerade die 60-60-Mod für Melee. Und, ähm, da wollte ich eigentlich nicht hin. Oh, ich bin hier gelandet. Komisch, okay. Genau, die 60-60-Mods für, ähm, Arc-Wing-Gewehr und Melee. Und wir haben im Posteingang was bekommen. Und zwar von Lotus, ähm, ja, gute Arbeit, Tenno. Blablabla. Haben wir zerstört. Alles gut. Und wir haben die Belohnung von 200.000 Credits bekommen. Und der Orokin-Beschleuniger. Was mega, mega cool ist. Geht richtig schnell. Ich hoffe, ähm, für alle, die, die nicht wussten, wie man das richtig macht. Auch wenn man die Omega-Isotope farmt, wissen jetzt Bescheid. Ist wirklich eine einfache Mission. Macht die. Jeder kann nicht nur jedem empfehlen. Weil es sind wirklich einfach verdiente 200.000 Credits. Und ein Orokin-Beschleuniger. Ja. Das war's dann auch schon heute wieder mit der Folge. Ab jetzt, ähm, hab ich eigentlich vor, wieder regelmäßig Warframe zu bringen. Weil macht einfach immer noch Bock. So wie auch in den Anfangszeiten. Ist richtig, richtig cool. Ähm, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wenn ja, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch in einem anderen Video wieder. Egal, ob es, keine Ahnung, Formel 1 ist, Forza Horizon 5 oder natürlich auch Warframe. Was, wie gesagt, wieder regelmäßig kommen soll. Bis dahin macht's auf jeden Fall gut. Haut rein. Und ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.